Auf C, wir müssen mal B nehmen. Ich hole mich immer ab bei B. Äh, bei C. Was? Ich hole mich ab bei C. Wir müssen zu B wieder. Oder zu D, halt je nachdem. Achtung, ich werde beschossen. Ich komme. Das geht doch nicht gut, oder? Oh nein. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Hä? Er hat nicht mehr hochgezogen. Er hat nicht mehr hochgezogen. Ah ja. Ah, normalerweise bin ich ein echt guter Heli-Flieger, aber so. Boah, Mann, Alter. Diese Typen vom Boot, ey. Die sind halt solche besser. Level 8 und drücken dir, wünsch ich die Scheiße. Boah, wie geil. Da ist ein Jet-Frei. Ich fliege jetzt. Das ist ein Jet-Frei. Wofür hat er die E-Frei-Til? Der Einsatz mit dem Charlo wurde nur verletzt. Wir halten jetzt das Einsatzstil an! Objektze von Loh? Oh, mein Schmerzen! Dieses dreckiges Boot, ne? Scheiße. Maaah, nö Geh' ich nicht hier oben rein, Alter? Seid ihr des Todes? Oh, hängen die hier oben rum Soldaten, greif' durch das Einsatzziel an! What? Oh, hey! Oh, nein! Alter, kommt auf einmal ein Heli runter und schießt auf mich, ey! Ja, ja... Leck mich, dreckiger Heli! Maaah, der Heli! Ja, klar Das Haus wird beschossen Oh, ja, da draußen steht er nicht Oh, ja, da draußen steht er nicht Das ist schon wieder der Typ mit dem Tod Drollwall, Alter! Wie satt Typ, Mann! Hehehe Zackst ja Immer mit Zeitblau Ach, du mich auch, sweet Oder sweat, Mann! Beleb' ihn doch 100% wieder! Wenn ich da aber keinen Bock zu habe gerade, bleib' blocker! Ja, klar hat er so ne Chance Ich bin im Vorbeilaufen Ich weiß doch, dass die Bedrohung da ist Was soll ich dir sagen? Normalerweise ist das ja Richtig, was du sagst Aber ich hatte keine Zeit Maaan Jetzt ist der Heli weg, stimmt's? Äh, nein Wo ist er denn? Ich weiß nicht, wo der ist Der fliegt irgendwo noch draußen rum Löschte die ihn nicht, oder was? Da kommt er, da Da ist er Ich sehe ihn, warte Wir haben Einsatzstil Charlie neutralisiert Hä? Nein, hole wollen, Alter Dieser Bastard Einsatzstil Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle Die ganze Zeit kommt er Die ganze Zeit, ey Na komm, weg ist er Den haben wir Kleinen Wichser Igla ist besser als Stinger Gut, dass du mir das sagst Nein, mein Tisch Scheiße Ich habe glaube ich seit Was ich nicht wie lange Anderthalb Jahren locker nicht mehr gespielt Heute der erste Tag wieder Also Bitte Alles Noobige verzeihen Vielen Hölle Pass auf, oben Was? Oh, er springt runter Wir haben gerade um die Kontrollnummer Um die Einzelne Die Bildung vermogen Where the fuck Alter Meine Güte, ey Meine Fresse des Boot Meine Fresse des Boot Mann Nichts Nix Drauf außer Zahnbinder Dicht Nix 2 Rote links und rechts, links und rechts, links und rechts Hab ich ihn geowned, Alter Gut, ich mach das, ich mach das, ich mach das Igler, 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 warum, wie ist das denn? Bin ich doof? Ach Gott, hier Alles klar, danke Ihr seid falsch gespawnt, ihr seid jetzt bei dem anderen Ding da drüben Da scheiden feindlicher Helikopter zu sein, wenn sich deiner Position Hallo Ich dachte, der ist da, oh, warte Oh, ich fixe eine Scheißrute, Alter Ich sag, bist da Wer kommt da aus dem Heli rausgespawnt? Oh, ehrlich Fick dich Ja, Mann, die haben es geschafft, ein Boot bestaucht Was schießt denn jetzt schon wieder auf mich, du? Arschloch Wo bleibt er denn? Nein, Mann, dieser Heli Der brennt schon, aber geht mich down Müsste kaputt sein Oder? Ist der jetzt immer noch? Ja, ja, endlich Ich dachte, jetzt kommt hier noch einer Schüsse Keine Ahnung, von wo gerade Hinter mir Ach, eigentlich nicht drauf, er hat er dann Du musst den Lock halten, die haut ordentlich rein, auf kurze Distanz, one hit, okay Was? Ich bin im Kampf gefahren? Ja, du bist gestolpert Ja, ja Über kurz oder lang? Mein Tanga saß zu eng Der Tanga Ja Ghost Vanisher Okay, die ist Die ist fertig Mach die kaputt, Jule Ja, was war das denn? Du Sack Du Sack Na komm Nein Wartenscheiß, weil ich nicht hinguck, wo ich hinrenne Wartenscheiß, weil ich nicht hinguck, wo ich hinrenne Ach, ich muss den Lock halten, jetzt weiß ich, was du von mir möchtest Gott So funktioniert das Ich hab, denkst du, ich hab da weiterverfolgt, ob ich den nur treffe oder nicht? So ein Schwachsinn Was für eine Lock halten Ja, wir haben ihn Bist du dir sicher? Ich seh immer noch irgendwas über uns rüberfliegen Der ist wieder ein Stone Sehr gut Nicht mein Verschulden, aber ich weiß jetzt auch warum Nee, der ist immer noch hier Du Wartner Nee, das ist ein neuer Der ist ja auch da Ja, den hab ich jetzt Ich danke dir so, ich glaub ich hätte jetzt die ganze Zeit weiter einfach die Muni in die Luft gejagt Wo ist der? Er ist da Hast du grad gesagt, er ist da oder er ist da? Nee, ich hab gesagt, er ist da und jetzt ist er da Ja, und jetzt ist er hinten vor mir Ja, er geht, kommt bitte RPG Einer von euch nur hier Danke Oh, es kommt wieder ein Boot an Zwei Diese Missgeburt Boah, hinter uns wieder Im Turm Bei wem bin ich jetzt ges... Ach, bei Ghost Vanisher Okay, das war jetzt aus der Hüfte Richtig noobig, ohne Anvisieren Hä? Haha, ich bin feuer Frau, entschuldigen Sie bitte Entschuldigen Sie bitte War 50-50 Chance, dass ich richtig tippe Und total verhauen Oh, das ist einer von euch, ey Meine Güte, ey Rennt der um mich rum, jo Spielen wir hier tanzen, oder? Anscheinend ist nördlich deiner Stellung ein feindlicher Panzerjäger Die kam von... Flop Ihhh, das ist ja eklig Die Eiler kommen von vorne Okay, warte Von links und von rechts Ich hab doch hier grad nen Fall schon runter gehen sehen Egal Sie viel, aber nicht die Gegner, Mann Nee Nee Deswegen Deswegen hat mich Holam Thoom, hinter uns Ich sieh... Ah, ich hab ihn Ja, jetzt kann der Retz kommen Ach, zu spät Verlässt man sich einmal auf seine Mates, so Ich konnte dich nicht mal, du warst schon tot So, wir müssen jetzt auch eigentlich wieder... So, gib mir den Scheiß hier Die armen Vögel, die erschrecken die Vögel Die erschrecken die Vögel Du hast Sorgen Ja Visiert das Einsatzziel an Ja, du mag den Scheiß Typen Ach, Juhu, wer kommt mit da hin? Ja, warum? Oh, nein Oben kommen wieder welche Au, 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 au Heli Wie er noch nicht nachgeladen hatte... Oh, Alter, ehrlich jetzt Kill him Ja, ja, ich bin unterwegs Männer Scheiße Boah, jetzt hat er den verloren Es regnet Man hört das Oh, hört ihr das? In den Ble... Hinter uns rennt ein Feind rum Hier rennt... Hier rannt ihr doch... Ich sag's doch Du lachst Jetzt ist er down Meine Fresse, ey Ja, gib ihm halt die Fresse Ich muss den selber erst mal Spieler Wo denn, der muss doch hier drin sein Hilfe Hilfe Alpha ist verloren Boah, dieser Du... Kannst du mich retten? Nee, geht nicht noch mal Jetzt ist es einer mit meinem G hinten 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 WTF, was geht jetzt ab hier auf der Mer Ja, Sturm Was geht jetzt ab hier? Ich verstehe gar nichts mehr, was ist das Schwimmel Einsatzziel Delta ist jetzt unter unserer Kontrolle Hinten hört der Shit wieder auf? Gar nicht mehr Oah Oh Giffen Herrhant Beinsatzziel Charly Wolles Neutralisieren Hinten 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 Ich kann dich nicht mehr wieder, bitte. Na, dafür bin ich bei euch gespawnt direkt. Einsatzstil Alpha! Wolle weiter! Boop! 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 Über dir! Hinter dir! Retzen! Retzen! Fick die Henne! Jetzt bin ich down! Nein! Mit der MBT-Loft! Er haut mir eine Rakete in die Fresse! Mit 6 HP! Was ist los mit denen denn? Alter! Retzen! 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 Oh mein Gott, ne! So, ist jetzt hier das Ding langsam mal leer unten, oder? Fuck you! Bist du mal auf! Wtf! Wieder dieser beschissene Heli! Ich hab ihn eigentlich runter gehauen gerade, oder? Alter, Fick dich, der hat das hinter uns! Sniper! Wo war der denn? Boah, hinten auf dem Turm liegt der! Ja, auf der anderen Insel da hinten. Bei Alpha. Und der Heli hat mich. G, immer von G, ganz klar. Mann, bleibt doch ruhig, bleibt doch ruhig, bleibt doch ruhig. Achtung, Einsatzzieher, Draven, Wotum-Moralisierung. Ist er ausgestiegen, oder was? Ich werde halt noch... Oben auch... Boah, fuck you. Überhitzt. Ui. Ich steig mal bei dir ein. Die zwei sind halt erster Mann. Da, bei dem Clou. Ich steig mal ein. sind es jetzt sind ich bin ein war Wir haben gerade Wettbewerbsen, die Alfa-Errober, die nicht herzündet. Festlich deiner Position ist ein feindlicher Unterlegger. Das kommt römert mich wieder. Geht doch. Ich werde rein tun, sie läuft bei dir. Die Frisse. Du, ich werde beschossen. Oben auf dem Fabel hier im Linken. Ui, ui, ui. Oh, ich muss mehr die Steuerung gewinnen, ne? Meine Güte. Ui, das ist gegen mich geflogen. Fuck. Wenn die Tanks nicht so schnell wären, was ist das? Leck mich doch. Wieder im Haus zwei oder drei. Ja, ich bin im Kampf schon wieder gefallen, Mann. Scheiß Haus, Alter. Was? Was? Was jetzt? Weißt du, was das ist, hä? Das ist sehr geil. Yoshi Mitsu, ich danke dir für deinen Follow. Warum? Wie ist denn mein heliges Gesicht? Fuck you, Alter. Ich muss... Was? Feindlicher Helikopter-Vertage von dir. Verteidigen Sie die Einsatzziele. Zum Glück sieht ich das selber nicht. Einsatzziele Helder ist jetzt unter unserer Kontrolle. Doof. Das ist unser aktueller Einsatzziele. Du bist da. Leute, wir kriegen aufs Maul! Das liegt an uns, wir müssen hier unbedingt gleich runter. Sonst verlieren die den ganzen Abend. Nur an uns frei. Ja, so ist das halt. Halt! Hinter uns! Mensch, 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 ich hab auch gerade so gesehen hier. Die Typen, ne? Da bin ich ja hier und den Boot und so. Da hab ich fast gedacht, da ist gar keiner. Was denn? Leck mich, du Affe. Ich hör die Steps nicht mehr. Die Steps! Ja? Hauptsache du hörst das Regen plätschern und den Sturm. Okay? Wir haben gerade einsatzlich den Eifer neutralisiert. Anscheinend ist plötzlich von dir ein feindlicher Soldat. Wie drei Leute einjagen, ist auch geil. Halt! Da vorne! Oh, im Haus! Fern geht's! Hab ihn! Wir haben gerade einsatzziel Echo verloren! Also wirklich Dreck? Ja, aber nicht, oder? Ah! Ah! Ich kann halt keinen... Jetzt... Ah, die sind halt immer noch auf dem Turm, die kleinen Spasselnackens, ne? Das ist ja immer der gleiche. Der war doch vorher auf dem anderen Server. Was macht der hier denn schon wieder? Ja, Mann. Ich krieg aufs Maul. Jeder. Ich bin gleich... Ah, down! Beim Heli, beim Heli hier. Bei der Flagge, Mann. Mann. HHHHHHHHHHHHH Ich hau den falschen Flieger. Erflich deine aktuelle Stellung gesichtest. Jetzt haben unsere Mates den Kack zu haben. Hä? Wer ist denn jetzt hier in dem Heli drin, Mann? Weight auf! Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Hey, wie der da drin kämmt, Alter. Auf dem Dach, Alter. Nicht auf dem Dach und wieder Sergio, Alter. Der weiß immer, wo ich bin. Wo sind sie denn? Bei den kaputten Häuschen da, überall. Helikopter. Achtung, ich werde beschossen. Ich muss runter. Oh ja, der scheiß Panzer. Ist ein Boot. Wo ist das Boot? Bin ich doof? Da. Das ist so krass, Alter. Ach, kacke. Wieder in Berlin. Ach, kacke. Wieder in Berlin. Loll. What the fuck? ... ... ... äh scheiße fuck ey äh alter dann bis sie den down haben kann ich grad selber nochmal spawnen und ihn killen ey wo zum ta- vorne bei uns sind wir noch einer hier irgendwo ich hab ihn gerade kurz aufblitzen sehen ja das war sehr chill ok heli noch in der luft seh ich nicht ne scheint nicht so ey guck mal wie die tickets jetzt wegfetzen von den gegnern aber halt hinter uns wieder da wie kommt denn sergio dahin wie kommt denn der typ hinter mich immer dieser sergio diese vier geht haben die da vielleicht ein spawn point gesetzt ich hab keine ahnung ja müssen wir mal reingehen und gucken was ist denn jetzt hier wieder los der sitzt schon wieder drin der sitzt schon wieder drin der sitzt schon wieder drin So, rüber zu Charlie, oder was? Ich bin Charlie. Okay. Nimm einen. Oh, scheiße, sind das wieder viele hier. Achtung, halten Sie, Charlie, oder was erlisieren Sie? Achtung. Mit der Handlau, Elmer. Ja, da, den Schuss fand ich doch mal gut. Und das war Sergio, genau den richtigen Errichtung. 25.000 Punkte, die Runde fand ich gut. Auf Platz 3. Ähm. 4, 3, 2, siehst du, es muss nur noch Whisky gehen nämlich. Auf Platz 1. Oh Gott, 36 Tonne, alter Leute. Egal, bei Battlefield kommt es nicht auf die KD an, habe ich mir sagen lassen. Ja, bei mir 38 Tonne und fast 30 kills. Ja, so ist das nicht. Ja, wie gesagt, ich gehe offline. Was habe ich jetzt? Ey, du bringst mich völlig aus dem Konzept. Wurde ich Ihnen sagen. Ja, alles klar. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und, äh, ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Nacht, eine angenehme Woche. Start in die Woche. Wie gesagt, haut rein, macht nicht zu toll. Ciao. Wie gesagt, haut rein, macht nicht zu toll. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.